Was passiert wirklich, wenn wir einen Interrupt auslösen? Das werden wir uns heute mal ganz im Detail anschauen und dazu werden wir sogar bis ins Disassembly steigen. Ich habe hier eine Liste mit 10 Punkten, die beim Interrupt ablaufen und der erste Punkt heißt, der Interrupt wird ausgelöst. Doch bevor wir unseren ersten Interrupt auslösen, werden wir uns erst einmal das kleine Programm anschauen, das ich Ihnen hierzu vorbereitet habe. Okay. Ich habe das Programm diesmal in reinen C geschrieben, ohne Arduino-Routinen, einfach damit das Programm und die Interrupt-Service-Routine so kurz wie möglich im Disassembly erscheinen. Wir binden dazu die AVRIO.h ein und wir brauchen für Interrupts die Interrupt.h. Dann habe ich eine globale Variable angelegt, das Interrupt-Flag. Volatile, ganz wichtig. Sonst geht das Flag unter Umständen beim Optimieren verloren. Die Main selbst hat noch einen lokalen Counter, der zählt, wie oft Interrupt ausgelöst wurde. Dann kommt quasi das, was wir in der Setup hatten, Initialisierung vom Pin-Change-Interrupt am Port B5. Wie das genau geht, dazu habe ich ein eigenes Video gedreht, da gehe ich heute nicht genau drauf ein. Die Interrupts werden freigegeben und dann kommen wir in unsere Loop. Ich habe hier eine Endlosschleife geschrieben, in der nichts anderes passiert, als das Interrupt-Flag wird abgefragt. Und wenn das Interrupt-Flag erkannt wurde, wird es wieder zurückgesetzt auf 0, damit der nächste Interrupt ausgewertet werden kann. Und der Zähler wird um 1 erhöht. Aktuell steht der Zähler auf 0, das Interrupt-Flag ist auf 0 und wir sind im Ablauf, direkt in unserer Loop. 1 drunter kommt die Interrupt-Service-Routine. Das ist Pin-Change-Interrupt 0. Wenn wir in die Register zum Pin-Change-Interrupt schauen, sehen wir, dass hier in dem Pin-Change-Mask 0 Register ganz vorne das Bit7 gesetzt ist. Das bedeutet, wir haben unseren Interrupt ausgewählt. Aus der Gruppe Pin-Change-Interrupt 0, die Gruppe Pin-Change-Interrupt 0 ist aktiviert. Das heißt, hier dieses Bit ist gesetzt, Bit 0. Aber aktuell ist noch kein Interrupt-Flag anliegend. Also der Interrupt möchte noch nicht ausgeführt werden, weil die Taste noch nicht gedrückt worden ist. Um den Interrupt schön verfolgen zu können, wechseln wir gleich einmal ins Disassembly. Da befinden wir uns aktuell auf Adresse HEX90. Und wenn ich ein paar Single-Steps ausführe, sehen Sie, dass wir uns hier ständig im Kreis bewegen. Es sind immer nur drei Befehle, die ausgeführt werden. Jetzt löse ich einmal ein Interrupt aus. Das war es auch schon. Und wie Sie sehen, sehen Sie noch kein Interrupt-Flag. Das liegt daran, dass der Debugger uns nicht mit Interrupts belästigen möchte, während wir uns doch gerade aufs Debuggen in der Main konzentrieren. Das heißt, wenn ich jetzt ein paar Mal F11 mache, Single-Step, dann sehen Sie beim ersten Single-Step schon, dass er dieses Interrupt-Flag tatsächlich erkannt hat. Aber bei weiteren Single-Steps wird er es nicht auswerten und berücksichtigen. Er möchte uns einfach nicht belästigen. Um jetzt da wirklich zu sehen, was passiert, machen wir Folgendes. Wir gehen an die Adresse in unsere Vektortabelle und setzen einen Breakpoint. Und zwar schauen wir mal in die Interrupt-Vektortabelle rein. Die Interrupt-Vektortabelle gibt es im Datenblatt. Und da sehen wir, wir haben Pin-Change-Interrupt 0. Und dieser Pin-Change-Interrupt 0 liegt auf Adresse hex 6. Das heißt, an dieser Stelle wird er springen, sobald wir einen Interrupt auslösen. Also setze ich jetzt hier an Adresse hex 6 einen Breakpoint. Und schau doch mal in die Tabelle, denn jetzt kommt Schritt 2 unserer Aufgaben. Der Schritt 2 besteht eigentlich aus drei Schritten. Jetzt wird Folgendes passieren. Es werden weitere Interrupts gesperrt werden. Das sehen wir daran, wenn wir in unsere CPU, in unseren Statusregister schauen. Da gibt es ein Interrupt-Fleck. Aktuell ist das noch aktiv. Man sieht das auch am Prozessor-Status. Da ist das Statusregister auch ausgeführt. Interrupt-Fleck ist hier noch aktiv. Das Zweite wird sein, dass die Rücksprungadresse, wo er weitermachen möchte, im Stack gesichert wird. Der Program-Counter ist aktuell auf hex 8e an dieser Adresse, wo das Pfeilchen ist. Das sehen wir hier auch. Program-Counter steht auf 8e. Und der nächste Adresse wäre hier die hex 90, die ausgeführt wird. Und die erwarten wir im Stack. Der Stack-Pointer zeigt aktuell auf 8fa im RAM. Den habe ich hier unten liegen. Das wäre 8f0. Das wäre hier 8f8. 9a. Also genau dorthin zeigt der Stack-Pointer aktuell. Und an diesen zwei Bytes wird dann die Rücksprungadresse liegen, die hex 90. Und das Dritte wird sein, dass der Program-Counter direkt in die Vektortabelle gestellt wird, also auf die Adresse 6. Jetzt sind wir soweit. Jetzt klicke ich hier auf Continue. Und was passiert? Als erstes, wir haben hier tatsächlich die Adresse 6 erreicht. Der Program-Counter steht auf 6. Das Status-Register hat sich geändert. Das Interrupt-Flag ist jetzt weg. Also Global Interrupt Disabled aktuell. Und wir finden im Stack die hex 90, die Rücksprungadresse. Kommen die nächsten drei Schritte. Als erstes haben wir hier an der Adresse 6 einen Sprung liegen, auf die Adresse 98. Das ist die Stelle, wo tatsächlich unsere Interrupt-Service-Routine liegt. Die wird jetzt praktisch mit dem nächsten Step, den wir ausführen, direkt angesprungen. Machen wir das gerade mal. Ich klicke auf F11. Und er liegt hier mitten in der Interrupt-Service-Routine. Die geht wie lang? Bis da unten, wo ein Return from Interrupt kommt. Da setze ich diesen Breakpoint. Den mache ich mal aktiv. Und da werden jetzt ein paar Schritte ausgeführt. Das ist das, was in der Interrupt-Service-Routine passiert. Wir erinnern uns. Das war hier den Port einlesen, Interrupt-Flex setzen und die LED tocceln. Schauen wir uns zumindest mal an, wie er die LED toccelt. Ich mache jetzt einmal Go. Und dann landet er in unserem Breakpoint-Return from Interrupt und hat die Interrupt-Service-Routine abgearbeitet. Die LED hat er uns jetzt leider nicht eingeschaltet. Das liegt daran, dass ich nicht mehr mit meinem Finger auf der Taste war. Wenn Sie sich erinnern, in Main hatten wir ja abgefragt, ob die Taste tatsächlich gedrückt ist. Aktuell sind wir auf dem Befehl Return from Interrupt. Das wäre der nächste. Und der macht zwei Dinge. Er wird zum einen den Program-Counter aus dem Stack zurückholen. Also hier diese HEX90, die im Stack liegen. Wieder in den Program-Counter schreiben. So, dass wir wieder in unserem Hauptprogramm sind. Und das zweite, was er machen wird, er wird die Interrupts wieder freigeben. Aktuell sind die ja immer noch gesperrt. Beim Return from Interrupt werden die automatisch wieder freigegeben. Also machen wir das einmal. Ich klicke hier auf Single Step. Haben Sie es gesehen? Im Statusregister die Interrupts freigegeben. Der Program-Counter auf Adresse 90. Und der Interrupt ist abgearbeitet. Jetzt gehen wir hier wieder im Hauptprogramm im Kreis. Und es wird nichts weiter passieren. Weil es so schön war, schauen wir uns das Ganze jetzt noch einmal an. Und zwar diesmal nicht mit ISR Naked, sondern direkt mit der ISR, so wie sie tatsächlich auch ausgeführt werden wird. ISR Naked wird verwendet, wenn Sie besonders schnelle Assembler-Routinen schreiben wollen. Der Compiler kümmert sich dann nicht mehr um das Sichern der Prozesseregister und des Zustands im Stack. Das müssen Sie dann alles selbst machen. Zunächst setze ich wieder meinen Breakpoint in die Interrupt-Service-Routine. An die Adresse 6. Und dann lösen wir einfach einen Interrupt aus. ein Go, ein Klick auf die Taste und wir landen im Interrupt. Ich habe Ihnen hier noch einmal die Register im Stack mit AA überschrieben, bis auf die Rücksprungadresse, die er sich bereits gemerkt hat. Und wir werden jetzt sehen, wie im Stack gearbeitet wird. Ein Single-Step, einmal F11. Und wir befinden uns direkt in unsere Interrupt-Service-Routine. Jetzt sehen wir, dass hier tatsächlich auf dem Stack gearbeitet wird. Es passieren sehr viele Push-Operationen, R1 und R0 zunächst einmal. Dann holt er sich hier Adresse 5F, das Statusregister und legt das auch auf den Stack ab. Das beobachten wir einmal. R1, R0. Sie sehen es, wie es hier auf dem Stack landet. Das Statusregister auf den Stack. Das ist diese Hex 2, ist genau das Zero-Fleck, was hier gesetzt ist. Danach löscht er sich sein Register R1 wieder, damit er eine 0 da drin stehen hat. Das hat er ja ganz gerne. Und er legt einige Register, von denen er meint, sie seien jetzt wichtig, auf den Stack. Und am Ende noch die Register 3D und 3E, das ist der Stack-Pointer. Den legt er sich jetzt ins Y-Register, damit er auf die lokalen Variablen zugreifen kann. Danach sind wir auch schon direkt in unserem Code, der hier in der Interrupt-Service-Routine ausgeführt werden soll. Einlesen von Port B, Setzen des Interrupt-Flecks und Tockeln der LED. Auch diese Schritte führen wir im Einzelnen einmal aus. Jetzt setzt er dieses Interrupt-Fleck. Jetzt kommt der Schritt, in dem er die LED einschalten will. Das passiert genau in diesem Schritt. Die LED leuchtet, ich kann meinen Finger wieder von der Taste nehmen. Und abschließend sehen wir uns noch das Rücklesen der Prozessor-Register aus dem Stack heraus an. Hier werden die Pop-Befehle ausgeführt auf die verschiedenen Register. Man sieht nicht viel, denn die Inhalte wurden tatsächlich nicht verändert. Zum Schluss, ein wichtiger Schritt, wird das Status-Register aus dem Stack zurückgelesen. Aktuell liegt es schon in R0. Und im nächsten Single-Step wird im Status-Register wieder das Zero-Fleck gesetzt sein. Jetzt nur noch die Register R0 und R1 aus dem Stack holen. Die hatten wir ja als erstes draufgelegt. Und dann sind wir am Befehl Return from Interrupt. Wo er den Programm-Counter wieder auf die Adresse 8e stellen wird. Die hat er sich im Stack gemerkt. Und damit wieder zurück ins Hauptprogramm springen wird. Gut, da sind wir jetzt gelandet. Und damit haben Sie gesehen, wie die Interrupts ablaufen. Was wirklich passiert im Arduino, wenn Sie einen Interrupt auslösen? Probieren Sie es doch gerne selbst einmal aus.